ja hallo da bin ich wieder also ich war jetzt am deich bin jetzt doch nicht in mein zimmer gegangen bin jetzt hier im wald habe bis jetzt keinen pokemon gefunden mehr sondern schauen ob wir hier im wald es schneit ziemlich viel es ist fast wie zu weihnachten heute am ostersamstag soll man schauen ob wir einen pokémon finden hier im wald mal gemeinsam also gehen wir mal hier den wald entlang und schauen wir mal ob wir hier einen pokémon finden so hallo markus ich freue mich das sehr dich zu sehen okay ich freue mich auch sehr dich zu sehen weiß wie du weißt habe ich vor nicht allzu langer zeit forschungen über verschiedene regionen des pokémons welt betrieben während dieser forschung bin ich auf einige bücher gestoßen die geschichte und legenden vieler regionen beinhalten okay einer dieser bände erzählt von drei legendären pokémon aus der einer region welche die möglichkeit besaß ihre form zu ändern das hat natürlich mein interesse geweckt und ich habe mich so in meiner forschung vertieft dass ich anfing diese drei legendären pokémon sogar in meinen träumen zu sehen und deshalb habe ich hergebeten deshalb habe ich dich hergebeten kannst du mir kannst du mir mit den nachforschungen helfen trainer wir können ein paar gesteins pokémon fangen nur damit wir ein das wo steht hier das lefenster fundament haben auf das wir aufbauen können kapiert felsenfest weil sie vom typ gestein sind na gut ich würde mich über deine hilfe freuen nichts wie los ok 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 wir sollen jetzt hier entlang gehen es schneit ganz schön aber ich sehe hier keinen pokémon weit und breit nichts zu sehen nicht mal eine kröte und kein pokémon jetzt sieht man auch den weg nicht mehr aber hier ist der weg noch da gut zu sehen also wir sind hier noch unterwegs und sollen schauen wo wir so einen felsen pokémon finden hier im wald in otenschlag man hört ein paar vogeln aber pokémon ist noch keiner da es schneit auch immer stärker die schnee bleibt auch schon liegen auf den bäumen hier im wald ok ich habe jetzt hier keine internetverbindung mehr hier im wald ich weiß jetzt nicht ob das spiel jetzt hier funktioniert noch jetzt geht es wieder jetzt dürfte ich wieder internetverbindung haben ja also ich werde jetzt hier umdrehen und dann hören wir uns spätestens morgen wieder also bis dann gut tschüss jetzt 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 Vielen Dank.